Nun wehrt sich erneut eine Bürgerin erfolgreich gegen Grünen-Filz zugunsten politischer Wunschkandidaten. Das Verständnis der Grünen folgt offenbar dem Sponti-Spruch legal, illegal, grün. Sehr verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, ich möchte mich bei den Kollegen der CDU bedanken, die mit dieser aktuellen Debatte unserer AfD-Fraktion einmal mehr die Möglichkeit geben, uns als bewährte und erfahrene Antifilzkraft zu empfehlen. Stichworte Tüger, Stichworte Eumann, Findungskommission. Trotz des gefälligen Titels, es wird dabei bleiben, die schwarze Opposition verhält sich zur blauen wie der Brieföffner zum Kavalleriesäbel. Es soll aber jetzt um eine andere Partei gehen, eine Partei selbsternannter Rebellen, die einst angetreten war, für mehr Bürgernähe und Transparenz zu streiten. Gegen Spielchen und Rituale der Mächtigen da oben. Alles mit einem Schuss moralischer Überheblichkeit und stets mit erigiertem Zeigefinger. Heute, liebe Kollegen, sind Sie die da oben. Keine zweite Partei hat so viele Mitglieder, die die berufliche Absicherung des höheren Dienstes genießen. Ihr Klientel sind jene Besserverdiener, die in Vierteln leben, in dem ein teurer Biomarkt nach dem anderen öffnet und in denen nur Deutsche leben. Die Lasten Ihrer maßlosen Einwanderungspolitik tragen andere. Der kleine Mann, den Sie nur zu gerne als Rassisten niederschreien, wenn er sich fremd im eigenen Lande fühlt. Das einzige sozusagen Rebellische, was Ihnen dem Bionade-Farisäern geblieben ist, ist die ausgesuchte Kälte, die Sie die Bürger spüren lassen, die Uniform tragen. Stichwort Pia Schellhammer. Sonst greifen auch Sie zum altbewährten Herrschaftsmittel der klassischen Parteibuchwirtschaft. Es ist nicht das erste Mal, dass das Beförderungsunwesen eines grün geführten Ministeriums vor Gericht landet und höchstrichterlich festgestellt wird, es ist rechtswidrig. 2014 stoppte ein Verwaltungsgericht die Besetzung einer Stelle im Umweltministerium. Die Leistungen des erwählten Parteimitglieds wurden richterlich zerpflückt. Im Jahr 2018 wollte Ministerin Spiegel den Chefposten in der Verbraucherschutzabteilung der früheren Büroleitung von Ex-Wirtschaftsministerin Lemke, ich zitiere die Rhein-Zeitung, zuschustern. Laut Verwaltungsgericht hätte Spiegels Favoritin angesichts der Anforderungen der Stelle noch nicht einmal ins eigentliche Auswahlverfahren kommen dürfen. Denn, so die Richter lapidar, ihre Eignung sei so wörtlich durch nichts belegt. Nun wird sich erneut eine Bürgerin erfolgreich gegen grünen Filz zugunsten politischer Wunschkandidaten. Eine angebliche Stehzeit, also Wartezeit bis zur nächsten Beförderung gilt im Hause Höfgen wohl nur für politisch weniger Pflegeleichte. Sie ist rechtlich unhaltbar. Bemerkenswert ist die große Zahl der Beförderungen auf A16, die Mangelsqualifikationen durch Sondergenehmigungen erfolgten. Es gibt im Umweltministerium offenkundig eine Überholspur für politische Wunschkandidaten. Qualifikation, Nebensache, Ausschreibung, wozu? Man kennt sich, man hilft sich. Aber lassen wir das Oberverwaltungsgericht selbst sprechen. Es vermisst jegliche Feststellung von Leistung, Eignung und Befähigung. Die vom Ministerium eingezolten Einschätzungen seien vielmehr nichtssagend und substanzlos. Mehr noch, die Beförderungspraxis im Höfgen-Ministerium habe derart gravierende Mängel, dass Bestenauslese und Leistungsprinzip unterlaufen werden. Die konkrete Auswahlentscheidung, über die wir heute unter anderem sprechen, sei deshalb grob rechtswidrig. Es stellt wohl einen beispiellosen Rüffel dar, wenn ein Gericht eine vereidigte Ministerin an die Verfassung erinnern muss. Ich zitiere das Gericht noch mal. Das Grundgesetz erteile eine Anstellung und Beförderung nach Gutsherrenart und Günstlingswirtschaft eine klare Absage. Sie haben Willkür walten lassen, zugunsten von politischen Wunschkandidaten und zum Nachteil fleißiger und gut ausgebildeter Mitarbeiter. Das ist Fakt. Und warum? Weil diese Mitarbeiter nicht den starken politischen Stallgeruch aufgewiesen haben, den sie so schätzen. Traurig für unser Land und für unsere Leistungsgesellschaft. Aber kein Wunder, der politische Erfolg der Grünen war schon immer eine Jobmaschine, unter anderem für Berufslose und Studienabbrecher. Also die Fischers und Rots der Republik. Wenig Ahnung, viel Meinung. Und das ist bis heute so. Staatssekretär Kriese, Sie wollen mit der Ausbesserung angeblich kleinerer Bürofehler und plumper Justizschelte vor allem eins. Das Beförderungsunwesen der Sonnenblumenkönigin über die Zeit retten. Diese Strategie wird nicht aufgehen, letzter Satz, denn mittlerweile mehren sich ja die Stimmen aus Ihrem Hause, die von einem jahrelangen System sprechen, Beförderung nach grünem Parteibuch und das Zurechtzimmern von Stellen für politische Wunschkandidaten. Und wir werden Sie damit nicht durchkommen lassen. Frau Höfgen, treten Sie zurück. Ja, sehr verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, die Fälle von 2014 und 2020 werfen ein grelles Licht auf die Beförderungspraxis im Höfgen-Ministerium. Leistungen von politischen Wunschkandidaten wurden hochgeschrieben oder konstruiert. Sie hielten dann an der juristischen Prüfung nicht mehr stand. Alle anderen, ohne den politischen Stallgeruch, den Sie ja so gerne haben, hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen, obwohl sie Leistung gebracht haben, obwohl sie fleißig waren. Und fielen dann hinten runter, mussten ihr Recht sozusagen erst vor Gericht erstreiten. Das ist nicht der einzige Fall. Ich komme noch auf einen weiteren Fall im Spiegel-Ministerium zurück. Das Rechtsverständnis der Grünen folgt offenbar dem Spontischbruch legal, illegal, grün. Frau Spiegel, der Präsident des Oberverwaltungsgerichts rückte in der Vergangenheit mehrfach das Verfahren, ihr Verhalten in Asylverfahren. Sie haben Abschiebungen verhindert, obwohl deren Verhältnismäßigkeit schlichtweg juristisch festgestellt worden ist. Die offenkundig gefährliche Logik hinter diesem Treiben ist folgende. Sie fühlen sich, unsere grünen Freunde fühlen sich als moralische Großmacht, die sich um nicht mehr viel scheren muss. Wozu Recht, wenn man sich im Recht befindet? Das ist ihre Logik, und die ist gefährlich für die Demokratie. Bei der Beförderungspraxis, aber eben auch bei der Einwanderungspolitik. Und wir als AfD-Fraktion machen uns deshalb die Forderung des Bundes der Steuerzahler zu eigen, ausgehend vom Umwelt- und Integrationsministerium, alle Beförderungsvorgänge zu prüfen. Ob diese Günstlingswirtschaft, so scheint es ja, nicht wirklich System hat zum Nachteil von qualifizierten und fleißigen Mitarbeitern. Und wir hoffen, Frau Höfgen, dass Sie dieser Untersuchung durch den Landesrechnungshof nur noch als Zaungästin beiwohnen. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Vielen Dank. Vielen Dank.